Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2 am Rosenmontag. Alav und Helau mit Wasser und Schabau und mit Nick. Hallo. Ja, hallo. Ja, der Nick fährt einen Wunsch und ich, wie man uns schwer erkennen kann, habe mir gedacht, für die Folgen 198 und 199 werden wir uns doch mal ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen, besonders, weil es ja Karneval ist, wir fahren Rheinhausen. Ja, ich habe mir Rheinhausen gekauft. Rheinhausen, ja, ja. Ich weiß, und wir fahren auch, um das Drama zu vervollständigen, den mitgelieferten Überland C2. Wir fahren die 31 von Gellernberg nach Wittgenberg. 40 Minuten dauert das Ganze. Ich übernehme keinerlei Haftung für Asthmaanfälle, plötzliche Erblindungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Sonstiges, auch nicht für Übergewicht, weil ihr jetzt mit Frustfressen anfangt, die nächsten 40 Minuten, um das ertragen zu können, angucken auf eigene Gefahr. So, wir lassen die Leute mal rein. Hallo, hallo. Es ist schön, dass sie einsteigen. Oh Gott, oh Gott. Das kann nicht gut werden, Nick. Warum? Manni ist mein Busfahrer. So, wir springen mal rein. So, Abfahrt. Fahr doch, Bus. Minus 5,2. Können wir schon vorstellen? So, äh. Ja, von mir aus können wir auf 2 Minuten vor Abfahrt gehen. Ich stehe hier zwar nur auf dem Betriebshof, aber ist gar nicht schlimm. Okay, 1, 2, 3. So, ich habe jetzt noch 2,1. Ja, ich würde euch ja jetzt, ähm, dieses formschöne Vehikel zeigen, wenn es denn ein neues Add-on wäre. Ne, ihr wisst das. Dann würden wir uns alles angucken, aber... Gibt's ja schon eine Weile. Genau, gibt's ja schon eine Weile. Ich fahre wohl ins Gletscherexpress mit dem NG313. Das habe ich ganz vergessen. Ach so, siehste. Ähm, wo ich es aber gerade sehe, und, ähm, da muss ich mich tatsächlich auch selber korrigieren, ähm, jetzt unabhängig vom C2. Ich habe es bei einem MAN gesehen, bei einem, äh, Überland-MAN, äh, ganz interessant. Äh, ich bin immer davon ausgegangen, dass die, ähm, Überland-Bestuhlung, auch bei den MAN-Fahrzeugen, halt, ähm, hier in dem Bereich auch hintereinander ist. Also mit zweier Bestuhlung. Maximal mit einer Vierer-Bestuhlung ungefähr auf der Höhe des zweiten Radkastens oder etwas dahinter. Nein, dem ist nicht so. Ich habe gestern in einem MAN, in einem, äh, ungebauten, ja, Überland-Bus, Stadt-Bus, also es war, vom Außen her, äh, und so war es ein Stadt-Bus. Ganz normal, ähm, Innenschwenktüren und auch vom Interieur her jetzt keine Gepäckablage oder sonst was. Also ganz normale Stadtausstattung. Aber mit Überland-Sitzen und tatsächlich Querbestuhlung. Im Überland. Also so, wie man das hier sieht. Von daher, äh, ich habe damals irgendwie in einem Stream gesagt, dass es das meiner Meinung nach gar nicht gibt in der Form. Aber doch, das gibt es. So 06. Machen wir mal den Motor an. Lösen die Bremse schon mal. Machen die Tür schon mal zu. Diese formschöne Schiebetür. Einzige, was ich an dem C2 tatsächlich schön finde und, äh, ne, C2 und schön, dass ich das mal sage, ist tatsächlich, hier ist ein Atron drin. Und ich mag das Atron. Auf jeden Fall mehr als diese komische, äh, dieser komische Ticket-Drocker, der da drinnen ist. So. Oh! Und mit diesen Worten legen wir den Gang ein. Irgendwie komme ich mir in der Startbus-Familie so mega mickrig vor. Wieso? Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich habe so das Gefühl, im Facelift und im gefühlt jedem anderen Bus setzt man höher. Okay. Also, ich fahre auch Rheinhausen mit euch jetzt blind, das erste Mal. Ich bin die Karte vorher noch nicht zu fragen. Ich könnte jetzt was sagen. Also, besitze das Atron auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Was, halte ich hier? Wenn ja, warum zeigt Omni Navigation das nicht an? Rathaus. Ja, ja, eigentlich, klar. Wir halten überall. So. Äh, Linienpack von Selle und sowas habe ich jetzt alles noch nicht installiert und auch... Ich fahre nicht schlecht. Ihr habt einfach nur, keine Ahnung. Und, äh... Oder zu viel, je nachdem. Ja, und, ähm... Straßenbahnen und so, also fahrbar machen und so. Das habe ich alles noch nicht installiert. Wir fahren hier Rheinhausen so pur, wie es ausgeliefert wird. Tour dauert angeblich 40 Minuten. Heißt auch, wir können das schön in 198 und 199 teilen. Ich habe nur das Gefühl, dass wir länger unterwegs sein werden. Ich auch. Also, die, äh... die R56, die wir vorhin nur für mich aufgenommen haben, die sollte ja eigentlich auch nur 51 Minuten lang sein werden. Wir hatten eine Stunde 15 Aufnahme. Ja, hat doch gut geklappt. Ja. Wobei ja generell auch immer ein bisschen, um sie zwei Zeitverschiebungen mit drin ist. Wohl wahr, ja. Ah! Heite Sicht. Oh, mein Gott. So, ich bin auch echt mal gespannt, wie das klappt mit dem NG-313. Ich bin noch nie damit den Gletscherexpress gefahren. Ich habe nur irgendwie schlimme Befürchtungen. Ja. So, und bevor jetzt, äh, Stimmen laut werden, boah, du hast aber damals gesagt, du würdest dir Rheinhausen nie kaufen und so. Ja, ist richtig. Tatsächlich. Und, äh, eigentlich stehe ich immer noch dazu, dass ich mir Rheinhausen eigentlich nie kaufen würde. Ich habe es mir aber tatsächlich gekauft, eigentlich aus zwei Gründen. A, ähm, ist es ja so, äh, ich hätte zum Beispiel Lautern V2 ja gar nicht fahren können, ohne Rheinhausen, weil, äh, Rheinhausen da ja Pflicht ist und Lautern V2 hat mir halt gut gefallen. Das war für mich dann schon ein ausschlaggebender Grund, mir Rheinhausen zuzulegen. Und B, ähm, möchte ich mir auch mal Weiden angucken. Da ist Rheinhausen Pflicht für. Das geht also auch nicht ohne. Und C, ähm, ist es halt tatsächlich so, dass ich, ähm, meine, äh, um sie zwei Sammlungen digital, ähm, ich habe ja keine Boxversion, einfach auch langsam, aber sicher mal vervollständigen möchte. Und ja, da gehört dann Rheinhausen halt auch dazu. Das ist dann so. Ansagen finde ich sehr, sehr leise. Ich weiß gar nicht, ob es da lautere Ansagen gibt. Wow! Na, aber deswegen. Ich weiß, ich habe damals gesagt, nee, kaufe ich mir nicht. Und, äh, ist auch richtig. Aber, wie gesagt, vor den genannten Hintergründen habe ich dann gesagt, ja, komm. Scheiß halt drauf. Ist jetzt so, kann man nicht ändern. Lünscht mich. Schreibt mir in die Kommentare, äh, was für ein Arschkind ich bin und alles. Und muss ich mit Leben. Hab ich verdient. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Darf ich auch schreiben? Ich halte mich auch kurz. Du Idiot. Danke. Äh, eine Tageskarte, bitte. Zu dem du jetzt, zu dem du es ja jetzt auch nicht mehr schreiben brauchst, du hast es mir ja gesagt. Ist zur Kenntnis genommen. Boah, ich würde gerne eine Tageskarte. Jetzt. Ja, ich bleibe ja bei meiner Meinung, was Rheinhausen angeht. Eine Kurzstrecke, bitte. Ja, ich habe auch keine gute Meinung von Rheinhausen, ne. Das habe ich damals in dem Video oft gesagt. Ja, ja, ich habe das durchaus gesehen. Ja, ich finde die Freewarekarte toll und ich finde es immer noch, äh, wie ich damals auch schon gesagt habe, äh, finde ich es ziemlich bedenklich, daraus dann einen Payware-Add-On zu machen und dann so einen Bus hier hinzustellen. Aber gut, ne, wir haben das damals ausführlich ja in Videoform kritisiert. und ich bin immer noch kein Freund von dem Payware-Add-On, aber, ja, jetzt habe ich es halt. Ja gut. Es ist ja, es ist ja auch mal gewünscht worden und dann habe ich jetzt eben halt auch gedacht, komm, jetzt hast du dir Rheinhausen schon gekauft, jetzt machst du auch mal ein Video drüber. Zu dem ich mir halt auch mal das Linienpack anschauen möchte, äh, Zelle ist ja regelmäßig bei uns auf dem Discord und, ähm, da erfahren wir halt auch immer viel und quatschen auch, auch so über das Linienpack und so und ich finde das Linienpack ganz interessant eigentlich, da, deswegen, das will ich mir auf jeden Fall mal angucken, das gucken wir uns dann auch zusammen an. Aber jetzt halt erstmal so die Vanilla-Auslieferung von Rheinhausen. Hey, well. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Einmal kurz, schrecken ich wieder. Ich würde jetzt auch lieber Gletscherexpress fahren. Aber ich fahre ja keinen Gletscherexpress, weil ich den Gletscherexpress überhaupt nicht mag. Naja, ich fahre lieber Gletscherexpress als Rheinhausen. Ja gut, klar. Weil, ja, es ist, äh, aber, was ich sagen muss, also ich bin ja, äh, so, von Ruhrgebiet und Plattbeck und so bin ich ja Ruggler und so gewöhnt, aber hier muss ich jetzt sagen, die Performance ist okay, die gefällt mir. Die Performance ist ganz ordentlich, aber, ähm, es ist halt auch von der Bebauung jetzt nicht ultimativ, finde ich. Was man da einfach anders gemacht hat, das ist nicht alles Invisible Streets und man hat nicht einfach irgendeine Textur über schon bestehende Kreuzungen gelegt, damit man sagen kann, es ist eine andere Kreuzung. Ja. Was halt Performance frisst. Ja. Das ist richtig. Und wenn du auf Glattbeck, auf Glattbeck oder Metropole Rohr mal guckst, ähm, da wurden dann oft einfach Splines, äh, genommen, die es so schon gibt und dann hat man da einfach, äh, einen eigenen Spline mit einer Gehwegtextur mit einer anderen drüber gelegt und dann passte das und das zieht halt die Performance. Ja, ja, klar. Aber Mayo, deswegen, hier finde ich das okay, ja. Römerberg ist auch performant. Weiß ich. Ja, ich weiß nicht, ich kann ja mit Reinhausen nach wie vor nichts anfangen. Ja. Naja, ich hab's ja jetzt halt und dann, dann denke ich mir, weißt du was, dann können wir es auch in Videoform fahren. Ich fahr ja meistens, wenn ich Omsi fahre, nehme ich das ja mit auf. Äh, A, hab ich nicht so viel Zeit, privat Omsi zu fahren, außerhalb meinem BBS und im BBS fahren wir aber dann meistens dann zu fünf, sechs Leuten und da hab ich dann auch keinen Bock, das aufzunehmen. Außer ihr sagt, ja, mach doch mal, wenn alle so dabei sind in den BBS, so von den MKLG, also in letzter Zeit sind's oft Benni, Nick, Chris, Ja, eigentlich so die Standardbesetzung. Ja, Gerd und ich, wobei Gerd ja nicht fährt, aber der ist halt zum Quatschen dabei und wenn ihr sagt... War der Reim eigentlich geplant? Nein, eigentlich nicht. Heute plane ich eigentlich gar keine Reime, so tatsächlich. Also wenn ihr dann sagt... Da fahrst du aber schon ziemlich viele gemacht. Ja, stimmt. Wenn ihr dann sagt, ja doch, das wollen wir halt auch mal sehen, ja, dann kann man da auch mal drüber nachdenken. Ja. Ich bin auch generell am drüber nachdenken, ob ich vielleicht demnächst auch mal so... Es gibt ja, wir haben ja logischerweise bei weitem nicht alle Karten im BBS Multiplär. Ich bin auch damit... Bäh. Am drüber nachdenken, ob ich da vielleicht ein bisschen was zur Kampagne mache einfach, zum Karrieremodus. Mhm. Das, äh, könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder, ne, viel besser, ich mach einfach so eine Abstimmung. Äh, Karrieremodus oder nicht. Infocard. Genau, oben rechts per Infocard kann man, äh, abstimmen. Wenn er dran denkt. So ist viel einfacher. Wenn ich dran denke. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten, aber es gibt ja immer mindestens einen, der irgendwer, der reinschreibt, also ich Deppes vergessen hab. Genau. Ansonsten, in die Kommentare. Genau, weil das wär mal interessant zu wissen, weil ich hab den Karrieremodus so ein bisschen für mich entdeckt und das könnte, ließe sich dann auch einrichten. Also, Potenzial nach oben. Aber, bevor jetzt jemand fragt, nein, Rheinhausen wird's in unserem BBS-Betrieb nicht geben. Wollte ich noch mit? Wir, wir wollen's ja nicht übertreiben. Und ich finde die Ansagen immer noch zu leise. Barf. Barf. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob ich den Gletscher überhaupt hochkomme. Der hat hier teilweise schon echt gut zu kämpfen, der NG 313. Das, äh, könnte interessant werden. Ja, was ich, aber jetzt, um das mal zu sagen, an dem Überland C2 auch gut finde, der Blinkersound. Das ist nicht dieses nervende, äh, äh, Was ist denn das dann? Ein dezentes Tick, 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 Tick. Finde ich dann schon schöner. Nee, das stimmt. Wobei man halt im Allgemeinen wieder sagen muss, es ist Recyclingmüll. Der C2. Das, äh, ja. Bin ich zu spät oder zu früh? Plus 1, 2? Was? Dein Ernst? Gibt vielleicht die ein oder andere Sache, die ist ganz nett gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es halt wieder ein, ja, nicht allzu hochwertiger Darius Bode C2. Ja. Ja, aber wie gesagt, zu kleinlichkeiten. Okay, das Schild stand hart dran. Also was die Kapazität angeht, brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, das wollen jetzt alle raus. Ne, so Kleinigkeiten wie der Blinkersound, das, äh, stimmt mich dann schon etwas milde in der Folge. Schade eigentlich, ich hatte Hoffnung. Nein. Äh, ich, ich brauche Rheinhausen jetzt nicht mehr zerfetzen. Wie gesagt, es gibt ein, ein Video, dazu. Äh, und da haben wir alles gesagt. Dankeschön. Toll. Nix mehr los. Super. Nix mehr los hier, ey. Ne. Tote Hose. Ne, aber wie gesagt, über die Performance kann ich halt nicht klagen. Noch nicht. Zawelstein. Ich habe gerade geguckt, ich wollte gerade sagen, was, OBS schmeißt mir nur 18 Frames raus? Nein. 18% CPU. Das wäre jetzt der Super-GAU. Oder ein Zeichen, je nachdem. Ja. Nix mehr los. Ja. Ja. der, der Nick versucht jetzt natürlich, äh, Rheinhausen-Hate aus, speech aus mir raus zu kitzeln. Ne. Es, äh, ist nur so, dass ich halt, ja, diese, ich kann's einfach nicht, ich kann, ich kann die Sprüche bei der Karte einfach nicht sein lassen, weil ich find's immer noch ne Sauerei, aber gut. Ich weiß. Ich schließe mich dem ja auch an. Aber ist ja halt jetzt so. Fährst du den Gletscherexpress vom ZOB oder vom Zawelstein? Vom ZOB aus. Ah. Ansonsten würde ich kaum auf 40 Minuten kommen. Stimmt. Hui. Alter. Rosenmontag. Karneval ist bald vorbei. Yippie. Yippie. Endlich. Weil wenn die Leute, wenn die Zuschauer das sehen, ist es sowieso schon lange vorbei. Ja. Zum Glück. Ja, andere gehen jetzt saufen und feiern und wir sitzen hier und produzieren auf dem See. Genau. Macht viel mehr Spaß. ist das. Stimmt. Mentos the Freshmaker. Ja. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, der kann mal in die Städte-Dreieckfolge bei mir gucken, da hat Mayo so ein bisschen erzählt. Genau. Ich glaube, es dürfte die zweite der beiden gewesen sein auf der R56. Da erfahrt ihr dann auch, was es mit Mentos auf sich hält. Ja. Oh, bei dem C2 hier aber, wenn ich die Warbling-Anlage anmache, den Warblinger, dann leuchtet auch der Taster. Wow. Kleinigkeiten, die mir gefallen. Ja. Wenn es, wenn es nur halt mehr als ein paar Kleinigkeiten wären, ne? Ja. Wohl wahr. Das kommt mir alles so leer vor hier. Weiß ich nicht. Juliansberg! Süd! Ja, Julian. Captain Unbrauchbar. Weiß ich noch, haben wir damals immer gesagt, ähm... So, ich fahr jetzt einfach Arschleck. auf der Freeware-Karte hat man immer gesagt, guck mal, eine Hommage an Captain Unbrauchbar, aka Tram Düsseldorfer, der Juliansberg. Aber war hier auf der Strecke nicht, äh, irgendeine Kollision, auch mit einem Schild? Keine Ahnung, da fragst du den Falschen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, hier war mal eine Kollision, ich hätte das mal gesehen, ne... Ich hab nämlich nur eine Linie ausprobiert und da waren mehrere Kollisionen und, äh, dann hab ich das Addon auch direkt wieder zurückgegeben, genau deswegen. Ach Mist, ich hätte ja gar nicht halten müssen, was mach ich denn? Ich weiß gar nicht. Irgendwo war auf jeden Fall, äh, mal... ne Kollision. Ja. Alleine das find ich schon wieder schlimm genug, weißt du? Bei nem Payware-Addon einfach mal irgendwo mittendrin Kollisionen, wo ich mir denke, da brauchst du doch eigentlich nur einmal mit angeschrieben, angeschalteter Kollisionen langfahren und du weißt, dass da ne fucking Kollision ist. Aber nicht mal das hat man teilweise hinbekommen. Äh, okay, da hätte ich vielleicht nicht rüberziehen sollen. Ich hab ihn im Spiegel gesehen und hab's falsch eingeschätzt. Ist auch doof, rechts zu überholen auf dem, äh, Pannenstreifen. Sag mal, fahr ich denn? Ach so, ja, ich fahr... Ne, wobei, Berufsverkehr ist eigentlich größtenteils vorbei um kurz vor neun. Relativ, ja. Das war knapp. Da hätte ich fast die Stadt abgeräumt. Den hab ich mal so überhaupt nicht gesehen. Juliansberg, Süd. Oh. Oh. Ultra, viel zu weit vorgefahren. Guten Tag. Okay, der steigt ein und die steigen jetzt natürlich alle aus. Seid ihr fertig mit Ausstreiten? Ja, seid ihr. Ah! Ah, scheiß Omsikai! Ah, könnt ihr Ochsen nicht normal bremsen? Stimmt ihr übrigens zu, Mayo? Gut. Mein Gott, der hat doch gesehen, dass ich geblinkt habe, um da rauszukommen. Nein, er hält drauf. Volle Elle. Affe, ey. Hallo, fahr! Da ist frei. Egal! Ich fahr nicht. So, wann ist dort Abfahrt? 56 erst. Na gut, bin ich halt ein bisschen früher dran. Ja, ich hab hier Ampelrotz. Wie so oft. Ja, Ampelrotz. Wer kennt's nicht? Ja. So, krieg ich jetzt. Ja. Ach Gott, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich ein bisschen früher dran bin. Hier in Zabelstein stehen stehen ein paar. Hallo. Bei dem Schild habe ich irgendwie immer ein bisschen Angst. Da steht so nah dran. Bei dem C2 hier muss ich ein bisschen der Brems nicht so nice. Okay. Da muss man dann schon mal ein bisschen fester aufs Bremspedal sprechen. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Danke. Keine Frage, bitte. So, mir jetzt die Hände mit Sakrotan einzuschmieren war jetzt auch nicht gerade sinnvoll, weil jetzt glitschig ist das Lenkrad glitschig. Ja, das war schlau, habe ich den Eindruck. Ja, wobei, nee, jetzt ist gut. Ja, alles an das Lenkrad abgeschmiert. Sakrotan Lenkradpflege. So ungefähr, ja. Vielen Dank.